Heute reise ich mit euch ins alte Ägypten. An einer Timeline gebe ich einen kurzen Überblick über diese Hochkultur und werde die Frage beantworten, warum man keine Pyramide für Kleopatra gebaut hat. Falls euch das Video gefällt, dann lasst mir doch einen Like da und abonniert meinen Kanal, das würde mich sehr freuen. Mein Name ist Peter und hier ist Histomania, Geschichte am Zeitstrahl. Kleopatra der Siebten Wir schauen wie immer auf unseren Zeitstrahl. Kleopatra wurde 69 v. Chr. geboren und starb am 12. August 30 v. Chr. durch Suizid. Geburt zum Todesort war Alexandria. Wir sehen hier auf der Karte, wo in Ägypten das liegt, nämlich am Ende des westlichen Nildeltas. Jetzt müssen wir ein bisschen weiter ausholen und einen groben Blick auf die ganze Geschichte des alten Ägypten werfen. Die Ägyptologen teilen die Geschichte des alten Ägypten in verschiedene Phasen ein und die möchte ich zum Verständnis kurz vorstellen. Die Pharaonen, also die Könige, die sowohl Ober- als auch Unterägypten regiert haben, die gab es schon so etwa 3000 v. Chr. Die Pharaonen der ersten beiden Dynastien gehören zur sogenannten frühdynastischen Zeit. Auf die folgte dann das alte Reich. Dann haben wir so eine kleine Lücke, das ist die erste Zwischenzeit. Da ist das Reich zerfallen und es gab keine Herrscher, die über ganz Ägypten regieren konnten. Erst im mittleren Reich konnte Ober- und Unterägypten dann wieder vereint werden. So im 18. und 17. Jahrhundert v. Chr. ist dieses Reich dann aber auch wieder zerfallen. Es gab eine zweite Zwischenzeit. Es konnte dann aber mit dem neuen Reich wieder erblühen. Als dies dann ebenfalls zerfiel, kam es zur dritten Zwischenzeit. In der Spätzeit, da herrschten dann die Saiten und die Perser, also Ausländer, lange Zeit über das Land, bis dann zum Ende der Spätzeit der letzte einheimische ägyptische Pharao starb. Wir befinden uns jetzt in der Zeit, in der Alexander der Große alles eroberte, was es zu erobern gab. Wir erinnern uns an den Merksatz aus dem Geschichtsunterricht 333, große Keilerei, also 333 v. Chr. die Schlacht bei Issos und im Jahr darauf, 332 v. Chr., hat er dann auch die Perser vertrieben und Ägypten erobert. Damit brach die griechisch-römische Zeit an und in der, da lebte auch Kleopatra. Nach dem Tod von Alexander dem Großen wurde sein ganzes Reich aufgeteilt und einer seiner Generäle, der Ptolemäus, der erhielt Ägypten. Er gründete eine neue Dynastie und aus dieser Linie, da stammt Kleopatra heraus, sie war also eine Ptolemäerin. So, nachdem wir jetzt über die Einteilung der Phasen Bescheid wissen, da schauen wir uns mal an, wann die alten Ägypter eigentlich Pyramiden gebaut hatten. Und das war tatsächlich schon sehr früh. Schon zu Beginn des Alten Reichs, in der Dritten Dynastie, fing man an, mit dem Bau zu experimentieren. Die erste Pyramide ist die Josser-Pyramide aus der Dritten Dynastie, das ist eine Stufenpyramide, also noch gar nicht so in einer perfekten Pyramidenform, wie wir das von später kennen. Auch in der Vierten Dynastie sind noch Experimente zu erkennen, zum Beispiel bei der Knickpyramide, wo man wohl während des Baus gemerkt hat, dass man umplanen muss, damit nicht alles zusammenfällt, oder man musste recht schnell mit dem Bau fertig werden. Aber dann, vielleicht so 100 Jahre nach dem Bau der Stufenpyramide, war man in der Lage, ein Bauwerk wie die Cheops-Pyramide zu errichten. Mit einer ursprünglichen Höhe von 146,6 Metern konnte sie fast vier Jahrtausende das höchste Bauwerk der Welt bleiben. Sie wurde dann aber im 14. Jahrhundert von der Kathedrale von Lincoln verdrängt. Im Mittleren Reich, da hat man dann auch wieder angefangen, Pyramiden zu bauen, aber spätestens im Neuen Reich, da gingen die Bestattungen der Könige dann unter die Erde. Das bekannteste Grabe aus dem Reich ist das von König Tutankhamun, das ja vor nicht allzu langer Zeit, im Jahr 2022, seine 100-jährige Entdeckung feiern durfte. Die letzte Pyramide, die ein Pharao für sich als Begräbnisstätte erbauen ließ, war die des Amose, etwa 1550 v. Chr. Ja, und ihr seht jetzt damit schon, warum für Kleopatra keine Pyramide gebaut wurde. Sie regierte zu einer Zeit, als die Bedeutung der Pyramiden bereits verblasst war. Zu dieser Zeit waren die Pyramiden bereits tausende Jahre alt und nicht mehr Teil der alltäglichen Kultur. Viele der Pyramiden waren auch bereits geplündert und zerstört. Das Wissen um den Bau dieser Pyramiden war auch nicht mehr vorhanden. Es war zudem eine Zeit, zu der die Römer auf Expansionskurs um das ganze Mittelmeer waren und Kleopatras Aufmerksamkeit galt daher eher politischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten als kulturellen oder areologischen Themen. Sie war besonders darauf bedacht, ihre Macht und Unabhängigkeit gegenüber den Römern zu behaupten und man muss bedenken, dass so ein Pyramidenbau auch jede Menge an Geld und Ressourcen geschluckt hätte. Kleopatra hatte auch eine ganz andere Herkunft als die Ägypter. Als Ptolemärin hatte sie nicht die gleiche Verbindung zur ägyptischen Kultur und Geschichte wie die früheren Pharaonen. Was übrigens auch sehr interessant zu sehen ist, ist, dass der Zeitraum, den Kleopatra zurückschaut, wenn sie auf die Erbauer der großen Pyramiden von Gizeh blickt, wesentlich größer ist als der Zeitraum, den wir auf Kleopatra zurückschauen müssen. Kleopatra ist uns also näher, als sie Cheops ist. Ich wünsche euch Anj Varsnep, alles Leben, alles Wohlergehen. Schaut euch auch den kostenlosen Zeitstrahl auf histomania.com zum alten Ägypten an, wenn euch das Thema interessiert. Ich verlinke euch den auch unten in der Beschreibung nochmal. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, Histomania, Geschichte am Zeitstrahl. Histomania, Geschichte am Zeitstrahl. Histomania, Geschichte am Zeitstrahl. Tschüss. Fasch.